Fans des FCE aufgepasst! Jetzt unser Ergebnis gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach tippen, Smartphone zücken, auf lr-online.de slash energietipp gehen und zur Videoband schauen. Die LR verlost ein tolles FCE-Fanpaket und am Ende der Saison Karten für das DFB-Pokalfinale. Lausitzer Rundschau. Täglich lesen, informiert. Also rauf auf lr-online.de slash energietipp.